Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video anfangen soll. Hoss und Hopf oder Hopf und Hoss, wir wissen es noch nicht. Richtig. Risiko, dass sich das Virus vielleicht auch zu einem Menschen angepassten Virus montiert. Ich kann es nicht bewerten, wie gefährlich das ist für ein Tier. Das kann ich alles nicht. Ich bin kein Mediziner. Schwobler, Aluhutträger und Covid-Jotenkreisen. Also die Leute, die scheinbar keine Ahnung haben. Was soll das sein? Es sieht nicht aus, wie nichts. Hallo, liebe Zuschauer. Hoss und Hopf kamen aus dem Nichts und eroberten das deutsche YouTube und Twitter mit einem Schlag. Philipp Hopf ist auf diesem Kanal nicht unbekannt, aber das Duo war bisher noch kein Thema. Ich weiß, dass es für regelmäßige Zuschauer des Kanals schwierig sein wird, aber lasst uns dieses Video unvoreingenommen angehen. Es wäre ein Fehler, pauschal zu behaupten, dass alles, was Hopf macht, falsch sei. Wer weiß, vielleicht würde er eines Tages Recht haben. Und das dürfen wir nicht verpassen. Das Video, das ich heute mit euch besprechen möchte, trägt den Titel Nächste Pandemie im Anmarsch – Vogelgrippe. Bevor wir damit anfangen, lasst uns ganz kurz daran erinnern, wer während der Pandemie wen wegen Panikmacher beschuldigte. Wissen Sie, was das bedeutet? Das sind Tierversuche, Menschenversuche. Ja! Von der Vogelgrippe hört man ja immer wieder. In den letzten Jahren gab es schon wiederholte Meldungen von unterschiedlichen Vogelgrippe-Varianten, die immer wieder größere Schäden angerichtet haben. 2016 mussten beispielsweise in Schleswig-Holstein mehr als 30.000 Legehennen wegen Vogelgrippe umgebracht werden. Seit 2021 haben wir erneut massive Probleme mit Vogelgrippe-Viren, die nicht nur Nutztiere, sondern auch Wildvögel umbringen. Egal ob Kraniche in Ungarn, Dreizehenmöwen in Skandinavien, Gänseenten oder Greifvögel, diese Infektionen bringen tausende Tiere um. Menschen sterben an solchen Infektionen zum Glück nur selten, da man eine große Menge Viren ziemlich tief einatmen muss, um überhaupt krank zu werden. Und das geht wirklich nur, wenn man tatsächlich sehr engen Kontakt mit erkrankten Vögeln hat. Es gab aber bereits in der Vergangenheit Todesfälle durch Vogelgrippe. Anfang der 2000er hatten wir ja große Angst vor H5N1. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Damals starben fast 200 Menschen, und ich kann mich immer noch an manche Vorlesungen an der Uni zu diesem Thema erinnern. Meine Professoren haben schon damals erzählt, dass diese Art Krippe-Biren eine lauernde Gefahr sind und jeder Ausbruch das Potenzial hat, eine globale Pandemie zu werden. Fachleute beobachten genau deswegen das Infektionsgeschehen ständig, und sie haben viel zu tun. Es gab auch in den letzten Jahren keine Ruhe. Die aktuelle Vogelgrippe-Pandemie ist im Schatten der Corona-Pandemie aus dem medialen Blickfeld verschwunden, aber die ist schon seit mehr als zwei Jahren da. Wir befinden uns eigentlich gerade in einer Verschnaufspause der aktuellen H5N1-Pandemie, wie die NABU schreibt. Die Halbzeitbilanz für die laufende Blutsaison stimmt dagegen mehr als freudig. Der hochpathogene Stamm der Vogelgrippe H5N1 scheint nach zwei Jahren erstmals eine größere Pause in Deutschland und dem restlichen Europa einzulegen. Ein wenig ungewöhnlich, dass Huss und Hopf ausgerechnet jetzt für wichtig halten, uns über diese Sache zu informieren. Vielleicht haben sie Angst, dass die Vogelgrippe für sie gefährlich sein könnte. Sie sind doch keine Vögel. Das ist ein bisschen hoch, ein Vogel, ey. Es geht um die Vogelgrippe und einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Virologe in Deutschland, Christian Drosten, wir blenden es gerade mal ein, hat bereits in den Medien davor gewarnt, das kam ja bei NTV erst vor kurzem, ich zitiere mal gerade, so etwas hat es vorher noch nicht gegeben, solche extrem großen Ausbrüche bei Kühen. Alle Fachleute sind besorgt. Man weiß nicht zurecht, wie das jetzt weitergeht, weil man auch keine sehr gute Datensicherheit hat. Und er hat in einem anderen Zitat auch noch gesagt, dass die Mortalitätsrate sehr groß sein könnte, dass das katastrophal sein könnte. Ach so, dann verstehe ich, warum man das Thema jetzt besprechen möchte. Lasst uns also mal angucken, wie Drosten das Problem beschrieb. So wie Herr Hopf das gerade erzählte, musste er ziemlich sensationelle Aussagen getätigt haben. Also ich gucke mir mal erst die Quellen an, die Herr Hopf selbst verlinkt hat. Die Ausbreitung der Vogelgrippe unter Säugetieren könne auch glimpflich ablaufen. Das Virus braucht mehrere Schritte zur Anpassung und vielleicht ist es vorher schon unter Kontrolle, sagte Drosten weiter. Aber es kann auch schon der Anlauf zu einer nächsten Pandemie sein, den wir hier live mitverfolgen. Wir wissen bislang nicht, wie häufig sich Menschen infizieren, die mit diesen infizierten Kühen zu tun haben. Ja, das habe ich vergessen zu sagen, dass H5N1 seit April auch Kühe infiziert, nicht nur Vögel. Darum sind die Experten aktuell etwas beunruhigt. Wünschenswert sei, dass in den USA jetzt entschlossen vorgangen werde. Mit Quarantäne. Dass man also versucht, die infizierten Bestände zu isolieren, schaut, wo Menschen Kontakt hatten, ob sie Antikörper im Blut haben und über bestimmte Hygienemaßnahmen nachdenkt. Und auch darüber, Kühe zu impfen. Sollte sich H5N1 von Mensch zu Mensch übertragen, wäre die Welt sehr wahrscheinlich erneut überfordert, warnte die frühere neuseeländische Premierministerin und Studien-Co-Autorin Helen Clark. Eine Vogelgräper-Pandemie könnte potenziell noch katastrophaler sein als Corona. Hier war also keine Rede von sehr großer Mortalitätsrate oder irgendwelchen Katastrophen. Im Artikel steht zwar das Wort katastrophal, aber das kam von einer anderen Person. Rupf blendet in seinem Video eine andere Quelle ein, diese stützt aber seine Aussagen auch nicht. Ich habe überall gesucht und nirgends eine Quelle gefunden, die Hopf bestätigen würde. Drosten hat gewarnt, ja. Hat er aber über etwas ganz Furchtbares, hochgradig Tödliches oder Katastrophales gesprochen? Nein. Das RKI hat sich zu dem Thema so positioniert. Das RKI beobachtet die internationale Lage und tauscht sich eng mit dem FLI und dem ECDC aus. Derzeit teilt das RKI die Einschätzung des ECDC, dass das Risiko für die Bevölkerung in Europa, Deutschland weiterhin gering ist und die bisherigen Empfehlungen, siehe unten, weiterhin gültig sind. Zusammenfassend, die Variante H5N1 hat das Potenzial, eine Pandemie zu verursachen, wie wir das schon seit über 20 Jahren wissen. Versorgniserregend ist aktuell die Tatsache, dass im April des Jahres die Übertragung an Kühe bestätigt wurde, was neu ist. Und ja, von daher sollten wir aufpassen. Das ist alles, was kommuniziert wurde. Wenn man sich natürlich nur aus einschlägigen Nachrichtenportalen informiert, findet man selbstverständlich irgendeine sensationelle Schlagzeile, worüber man sich aufregen kann. Man könnte in so einem Fall mal vernünftig aufklären und die Situation erklären. Oder man setzt lieber doch seine wunderschöne rosafarbene Brille auf und brüllt im Netz noch lauter weiter. Direktes Handeln und am besten die gesamte Macht an die WHO übertragen. Mich interessiert aber vor allem eins. Warum muss dieses Thema jetzt so groß thematisiert werden? Wir wissen doch, dass es hauptsächlich darum geht, die kurzen Lügen erneut zu erzählen und durch die Androhung einer bevorstehenden Pandemie die Vergangenheit wieder in die Gegenwart zu holen. Nicht wahr? Hopf ist immer noch aktuell, Leute. Niemand darf die Pandemie vergessen und einfach nur mal weiterleben. Die Pandemie ist nicht vorbei. Die kommt gleich wieder. Also bitte bleiben, klicken und unterstützen. Mit derselben Intensität und Begeisterung wie während der Pandemie. Was jetzt hier das nächste Thema ist, wieder nächste Pandemie, Vogelgrippe. Da muss ich vorab schon sagen, zwei Dinge. Erstens, nach der Covid-Pandemie haben wir auch von vielen verschiedenen neuen Varianten gehört. Und jetzt kommt die neue Variante. Und jetzt kommt die Variante. Und jetzt muss man sich noch mal impfen lassen. Am Ende des Tages haben wir aber mitbekommen, dass sich über die letzten zwei Jahre hinweg alles immer mehr erleichtert hat von einem Zustand der kompletten Eingeschränktheit, sage ich mal, in Flughäfen überall auf der Welt zu einem relativ normalen, freien Leben wieder. Ob das jetzt wieder so ein Fall ist, wo einfach nur viel drumherum geredet wird und dann nichts passieren wird, das können wir beide nicht so beurteilen. Das wollen wir auch gar nicht in diesem Podcast. Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten und sagen, Leute, macht euch gefasst, sondern sicher nicht. Deswegen kündigt ihr den Anmarsch einer neuen Pandemie an. Deswegen zitiert der Drosten schon in den ersten Minuten falsch und deswegen wollt ihr Panik verbreiten. Ja. Wir schauen uns einfach die Meinungen der Experten an, wie beispielsweise einem Christian Drosten, der jetzt hier ja schon wieder davor gewarnt hat und wollen einfach nur die Leute mit den Informationen präsentieren, wie ich meine, zu einem frühen Zeitpunkt. Wobei man dabei auch sagen muss, das ist der zweite Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Philipp, du hast mich ja auf dieses Thema schon viel, viel früher als jetzt angesprochen, sondern schon vor Monaten. Ich glaube, da hat Drosten noch gar nicht darüber geredet, oder? Wie bist du eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden? Nun, es gibt mehrere hochangesehene Wissenschaftler, aber ich würde sagen, einer der am meisten dekorierten Wissenschaftler in Deutschland, das ist quasi, wenn du das in der Armeehierarchie sehen müsst, würdest du, dann wäre das der Vier-Sterne-General. Das ist Professor Dr. Wiesendanger. Mit dem habe ich schon mehrere Interviews geführt und wir verlinken mal das letzte, das ich mit ihm geführt habe. Dabei ging es nämlich in großen Teilen um Drosten. Das verlinkte Video führt zu diesem Video mit dem Titel Neueste Covid-Enthüllung. Es war eine Lüge und sie wussten es. Ihr möchtet bestimmt wissen, wer der Vier-Sterne-General der Wissenschaften in Deutschland sein sollte, mit dem man über Virologie und Epidemiologie reden muss. Tja, der ist natürlich ein Physiker. Wer weiß mehr über Medizin, Virologie und Epidemiologie als ein Physiker? Vor allem ein Physiker, der seit Jahren auf dem Kriegsfuß mit Drosten ist. Und er hat außerdem eine Studie veröffentlicht, in der über den Ursprung des Coronavirus spekulierte. Diese sorgte für Empörung und wurde zu Recht scharf kritisiert. Wir wissen mit letzter Sicherheit bis heute nicht, wie genau das SARS-CoV-2-Virus entstand. Es wurden zahlreiche Publikationen dazu veröffentlicht, unzählige Untersuchungen durchgeführt und all das konnte keine Klarheit schaffen. Und das zeigt uns deutlich, wie unverantwortlich Wiesendanger mit der Sache umging. Das sollte also der Vier-Sterne-General sein. Naja, passt gut zu der Expertensammlung von Hopf. Bei ihm tauchen ja ausschließlich durchgefallene Professoren und fachfremde Experten auf, die zuerst vom Fachpublikum zerlegt wurden und dann bei reichweitenstarken Laien Erholung und eine zweite Chance suchen. Es gab Vorgespräche, die ich geführt habe und er sagte mir damals schon beispielsweise, dass es absolut bewiesen ist heutzutage, dass Christian Drosten, als er damals rauskam, gesagt hat, ja, wir vermuten alle, der damalige Covid-Virus ist aus Wuhan von einem Tiermarkt entsprungen, weil die Leute dort irgendwelche exotischen Tiere gegessen haben und so ist es dann vom Tier auf den Mensch übertragen worden. Ihr erinnert euch alle, das war die Story. Zum damaligen Zeitpunkt, ganz am Anfang bei der Pandemie, hat Herr Professor Dr. Wiesendanger sich schon ins Fernsehen gesetzt. Da war er nicht der Einzige, aber mit einer der Ersten. Ein anderer war ein Mann, der jetzt sehr wahrscheinlich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, Donald Trump, der auch von Anfang an gesagt hat, Trump, der größte Experte zu diesem Thema? Echt jetzt? Meinst du den Typen, der vorschlug, einfach mal irgendwie Desinfektionsmittel gegen das Virus in den Menschen zu spritzen? Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do, either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that, too. Sounds interesting. We'll get the right folks who could. And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it would be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me. Das ist nicht von einem Tiermarkt, sondern aus einem Biowaffenlabor freigelassen worden. Biologische Waffe? Hat dein Kumpel nicht gerade gesagt, dass ihr keine Verschwörungstheorien verbreiten wollt? Der aus Wuhan. Hat Donald Trump gesagt, er wurde massiv natürlich dafür kritisiert. Hat ein Professor Dr. Wiesendanger hat gesagt, das kommt aus dem Labor. Wir können das ganz klar feststellen, von Anfang an. Ganz klar kann man das feststellen. Als Physiker konnte er zwar nicht mal eine ordentliche statistische Berechnung durchführen, aber ganz klare Aussagen waren überhaupt kein Problem. Liebes fliegendes Spaghetti-Monster, hüte mich vor solchen Experten, bitte. Es wird in solchen Videos immer besonders lustig, wenn sich die Menschen selbst in ihren eigenen Lügen verlieren. Hopf blendet einen langen Teil eines Interviews mit Herrn Wiesendanger oder wie er hieß ein, in dem er erzählt, dass alle einfach gelogen haben. Jeder wusste, dass das Virus aus dem Labor kam, aber die haben bewusst gelogen. Daraufhin erzählt er aber, wo ist das? Und ich fand es echt großartig. Ja. Kurz einhaken, Philipp, weil das ist ein Gedanke, der mir da direkt in den Kopf kommt. Angenommen, die ganzen Virologen und Experten wussten damals direkt, dass es aus einem Labor kommt, aber man wollte diese Narrative oder das Narrativ so nicht verbreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Ziel ist, also angenommen, dein Ziel ist es, dass die Menschen sich an möglichst viele Restriktionen halten, die ja durch die Covid-Pandemie passiert ist. Das heißt, zu Hause bleiben und dem Staat gehorchen und Masken tragen. Und sich impfen lassen. Und genau, Ausgangssperren und so weiter. Ist es dann nicht, ist die Story nicht viel gefährlicher und angsteinflößender, wenn es aus einem Biowaffenlabor rausgekommen ist, als wenn es aus einem Tiermarkt kommt? Würde das nicht das Ziel eher dann dementsprechend zu sagen, oh, da kam ein gefährlicher Virus zu einem? Genau, Philipp, das ist doch eine sehr gute Frage. Wie kommst du jetzt raus? Das ist ein guter Einwand und der Logik halber würde ich das auch so unterschreiben. Aber was die nicht gesagt haben und was sie dann hätten oder wohin man dann sehr schnell auf die Spur gekommen wäre, ist, dass dort an der sogenannten Gain-of-Function-Funktion geforscht wurde. Also ganz bewusst Virenstämme gefährlicher zu machen, dann hätten die sagen müssen, wir forschen dann etwas, was eigentlich von den USA verpönt ist. Deswegen haben sie es ausgelagert nach China, weil sie es unter Obama gar nicht mehr dürften in den USA, weil sie gesagt haben, es ist viel zu gefährlich, um daran zu forschen. Auch eine weitere Sache, die Professor Wiesendanger im Detail ausführt, warum das so ist. Und der große... Aber auch das könnte man ja auch einfach auf China schieben, oder nicht? Könnte man machen, aber dann könnten ja die Chinesen sofort sagen, guten Tag, wir können hier beweisen, wir machen das mit den Amerikanern. Also stell dir mal vor, du würdest es an einen schieben und die könnten beweisen, dass sie unter einer Decke stecken. Es wäre für beide ein PR-Desaster. Pass mal auf, das glaubt ihr wirklich? Wer ist denn bitteschön so dumm, das zu glauben? Die gesamte Welt hat also assistiert, die Amis zu schützen, die in China Bio-Waffen herstellen wollten. Und deswegen durfte die Wahrheit nicht rauskommen. Und deswegen war einer der lautesten Befürworter der Labor-Story Donald Trump. Sind die Bläder oder was? Und dieser Dr. Fauci hat ja auch zum Thema Masken tragen. Hier gab es ja diese Leute mit Masken-Fetisch, die vehement, die sind ja richtig in ihrer Geilheit aufgegangen. Oh Gott, ich muss die Maske tragen. Es gab ja von Anfang an die sogenannten Schwubler, die gesagt haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, was für ein Zufall, dass wir das Thema neulich im Video über Open Mind thematisiert haben. Dieses Video findet ihr hier oben und auch unten in der Beschreibung. Wir sind jetzt übrigens bei Minute zwölf und bisher wurden lediglich erneut die Corona-Lügen erzählt. Meine Theorie, dass diese zwei Herren die Vogelgrippe lediglich dafür instrumentalisieren wollen, ihre Lügen wieder zu erzählen, scheint also sehr gut zu stimmen. Also wir wissen heute, dass so ziemlich jede Verschwörungstheorie die nächste ist, der Impfstoff wird vor Ansteckung schützen. Ihr erinnert euch alle, wie sie gesagt haben, wie sie die Familien entzweit haben, gesagt haben. Und so geht das noch lange, lange weiter. Und ich denke, niemand von euch kann das mehr hören. Die Verschwörungsmythen, die Querenker während der Pandemie verbreitet haben, haben sich nicht bewahrheitet. Wir sind immer noch da, leben immer noch. Und dieselben Lügen immer wieder zu behaupten, macht die Sache nicht wahrer, Herr Hopf. Sollte es neue Evidenz geben, bitte zeigen, dann werde ich mir das gerne angucken. Das zum Thema jetzt Vogelgrippe. Ich finde es, ich habe gerade nur ein paar Mal gelacht, weil ich daran denke, dieser Satz von dir, dass jede Verschwörungstheorie, so ziemlich jede Verschwörungstheorie wahr geworden ist, das ist ja ein Satz, für den wir beide oft angegriffen worden sind, obwohl du den geäußert hast und die Art und Weise, wie du es meinst, auch komplett oftmals auf den Kontext gerissen wurde. Was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Ich betrachte das ja immer gerne aus einer spieltheoretischen Sicht. Wenn wir jetzt zur Vogelgrippe kommen, ich lese mal hier zwei Sachen vor. Erstens, am 19. Juni 2024 schreibt das World Economic Forum, ich übersetze das, die Vogelgrippe sorgt weiterhin für Schlagzeilen in der ganzen Welt. Ein ehemaliger Direktor des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, CDC, wurde kürzlich mit den Worten zitiert, eine Vogelgrippe-Pandemie sei keine Frage des Ob, sondern eher des Wann. Er fügte hinzu, dass eine solche Pandemie wahrscheinlich eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Menschen haben würde. Diese Vogelgrippe-Viren verbreiten sich normalerweise zwischen Vögeln, wurden aber zunehmend auch bei Säugetieren nachgewiesen, was zu Befürchtungen geführt hat, dass sich der Virus anpassen könnte, um den Menschen leichter zu infizieren. Und auf Wikipedia steht dazu, Gut, bei Wikipedia würde ich aufhören. Wir sehen also, dass diese Aussagen nicht von Drosten kommen, im Gegensatz dazu, was Hopf behauptete. Und übrigens, warum wurde dieser letzte Teil nicht vorgelesen? Die Weltgesundheitsorganisation hat jedoch erklärt, dass es bisher keine Anzeichen dafür gibt, dass sich das H5N1-Vogelgrippe-Virus zwischen Menschen verbreitet. Die WHO und das CDC raten derzeit, dass das Risiko für die öffentliche Gesundheit durch H5N1 gering ist. Das CDC betont jedoch, dass es die Situation genau beobachtet und sich auf die Möglichkeit vorbereitet, dass das Virus die Fähigkeit erlangen könnte, sich leichter auf Menschen zu übertragen und unter ihnen zu verbreiten. Das setzt das Ganze doch ein bisschen besser in den Kontext, oder? Seltsam, wie selektiv die Informationen vermittelt werden. Anfang Juni 2024 besteht Besorgnis über zwei Subtypen der Vogelgrippe. Beide haben das Potenzial, die Geflügelbestände zu vernichten und beide sind mit relativ hoher Sterblichkeitsrate auf den Menschen übergesprungen. Und jetzt haben wir sogar Anfang 2024 den ersten Menschen, der an dieser neuen H5N2-Variante in Mexiko gestorben sein soll. Von 2003 bis Mai 2024 waren der WHO aus 23 Ländern insgesamt 463 Todesfälle nach Infektionen mit Vogelgrippe-Viren gemeldet worden. Es handelt sich aber immer um H5N1. Und Dezember 2023 die Geflügelpest seit November mehr als 100.000 Tiere getötet. Hier werden H5N1 und H5N2 großzügig vermischt. Das sind aber zwei unterschiedliche Subtypen. Bis auf die eine mexikanische Meldung von H5N2 redeten wir die ganze Zeit über H5N1. Und zu diesem einen H5N2-Fall schrieb die WHO übrigens das. Am 23. Mai 2024 meldete das nationale IHR-Kontaktzentrum Mexikos einen bestätigten Fall einer menschlichen Infektion mit dem Vogelinfluenza A H5N2-Virus. Der Fall betraf einen 59-jährigen Einwohner des Bundesstaates Mexiko, der in Mexikostadt in Krankenhaus eingeliefert wurde und keine Vorgeschichte mit Geflügel oder anderen Tieren hatte. Der Patient hatte mehrere Vorerkrankungen. Die Angehörigen berichteten, dass der Patient bereits drei Wochen vor Auftreten der akuten Symptome aus anderen Gründen bettlägerig war. Warum haben die Herren nicht das zitiert? Das klingt überhaupt nicht aufregend. Darum. Stattdessen wird ein Tweet einer Virologin zitiert, weil der Tweet sich durch die Formulierung besser instrumentalisieren lässt. Ich will jetzt einmal ganz kurz eine spieltheoretische Theorie von mir äußern, rein spekulativ. Was hast du uns zuvor versprochen? Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten und rumschwurbeln und sagen, Leute, macht euch gefasst, sondern wir schauen uns einfach die Meinungen der Experten an. Bist du jetzt also der Experte? Oder warum sollte uns deine Spekulation interessieren? Und welchen Mehrwert hat das für uns Zuschauer? Äußern, rein spekulativ. Wir haben die letzte Pandemie alle mitbeobachtet, Philipp. Wir haben gesehen, dass sehr, sehr stark ohne wissenschaftlichen Hintergrund gehandelt wurde und Menschen die Freiheit eingeschränkt wurde, global. Und sich auf Dinge bezogen wurde, die am Ende so einfach keinen Sinn ergeben haben. Was hat keinen Sinn ergeben? Wie wir das schon 10.000 Mal besprochen haben, kann man die Sinnhaftigkeit mancher Maßnahmen im Nachhinein zwar kritisieren, aber das ergibt nur dann Sinn, wenn wir vorhaben, daraus etwas zu lernen. Was sollen wir beim nächsten Mal besser anders machen? Genau das Gleiche wie bei Open Mind. Er redet die Masken schlecht, weil er einfach nicht kapiert, dass die Zielsetzung der Maskenpflicht unter anderem durch Sachen wie das falsche Tragen der Maske, unpassende Masken für Kinder und falsche Kommunikation gescheitert ist. Masken schützen dennoch, wenn sie ordnungsgemäß getragen werden. Das ist die Botschaft. Das ist das, was kommuniziert werden sollte. Wir haben nicht gelernt, dass eine Maskenpflicht sinnlos war. Wir haben gelernt, dass eine Maskenpflicht anders umgesetzt werden müsste. Und genau diese Einsicht fehlt auch hier bei den beiden Herren. Sie wollen einfach nicht akzeptieren. Sie wollen nichts dazu lernen. Sie wollen lediglich eine emotionale Antwort erzwingen. Das ist die Kernbotschaft dieses Videos. Alles drumherum, das ewige Gerede über diese und solche Meinungen dient nur diesem einen Zweck. Ihr solltet euch aufregen und trotzig auf den Tisch hauen. Sch*** mache ich nochmal mit. Lass mich deine Tränen kosten, Scott. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, das ist die Vorbereitung gewesen für die nächste Pandemie. Das ist die Vorbereitung für irgendeine globale Agenda von wegen, hey, wir können die Leute einschränken und die müssen uns gehorchen. Du machst alles, was der Staat dir sagt. Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Eine Art Vorbereitung. Aber angenommen, die nächste Pandemie ist tatsächlich so gefährlich, wie sie behauptet wird. Und angenommen, jetzt sagen alle aber, Masken und alles, was da uns an Schwachsinn erzählt wurde, es war alles eh unsterblich. Jetzt pfeife ich drauf, was die sagen. Einschließlich der Politiker von verschiedenen Ländern, die sagen, hey Jungs, ist uns egal, was ihr da in Amerika oder VWO erzählt, ihr habt uns letztes Mal auch verarscht. Und jetzt pfeifen alle drauf und am Ende ist sie wirklich so gefährlich und sorgt dann wirklich für ein Ausmaß an sterbenden Menschenleben und so weiter. Das wäre doch mal das ironischste und das an einer Simulation gleichendste Ereignis, was so passieren könnte, oder? Ich bin mir sehr sicher, dass auch der härteste Querdanker seine Meinung ändern würde, wenn er merken würde, dass überall Menschen sterben. Bei denen würde es wahrscheinlich dennoch etwas länger dauern und dadurch werden sich vermutlich mehr Menschen aus der Querdankerlager verabschieden. Und, lieber Ross und Hopf, habt ihr mal überlegt, wer daran schuld wäre? Wären daran nicht explizit Menschen wie ihr schuld, die bis heute Unsinn und Lügen verbreiten und mit der Hetze und Desinformation einfach nicht aufhören? Habt ihr schon mal wenig drüber nachgedacht? Nee, oder? Dafür sind die Aufmerksamkeit, die Klicks und die Kohle zu süß, oder? So passieren könnte, oder? Es wäre aus Sicht derer, die es initiieren, klug. Ich würde sagen, es wäre klug, denn du hast, und jetzt nicht verwechseln, die Zahl derer, die unkritisch damit umgegangen ist, ist riesig groß. Das sind sehr viele Menschen, die jetzt sehr krank sind. Ich habe das vorher in meinem kleinen Rant noch nicht inkludiert, aber Karl Lauterbach und viele andere auch, die von der nebenwirkungsfreien Impfung sprachen. Und die ganzen Narren und Naivlinge, von denen es hier in Deutschland sehr, sehr viele gibt, die sich dann gesagt haben, erste Impfung, zweite, was gibt es noch, eine Bratwurst dazu? Ach, hervorragendes Angebot. Gut, so viel habe ich von den Typen ertragen. Ich habe den Rest des Videos nicht komplett geschaut, sondern nur ein bisschen durchgeklickt. Sie sprachen noch über den drohenden Mangel an frischen Eiern, über die RKI-Files und, und ja, solches Zeug. Die Agenda ist klar, die Methodik perfide, der Inhalt fehlt. Ich habe aber, ehrlich gesagt, von dem guten alten Gebüschmann nichts anderes erwartet, aber dieses Video war mal wieder ein Tiefflug in den Sumpf der Dummheit, Ignoranz und Arroganz. Was sind eure Gedanken dazu? Was denkt ihr, was motiviert diesen beiden? Auf jeden Fall danke, dass ihr da wart und wir sehen uns bald wieder. Gehört ihr das Flüstern in der Nacht? Schadetane zittern, haben keine Macht mit falschen Versprechen, dreist und kühn. Doch der Doktor kommt, macht euch blass und grün.